Guten Morgen, meine Damen und Herren. Russische Truppen haben das Atomkraftwerk Saporizhia im Süden der Ukraine eingenommen. Das erklärte die ukrainische Atomaufsicht. Das Kraftwerkspersonal arbeite weiter und überwache den Betrieb. Bei den Kämpfen um das Atomkraftwerk war auf dem Geländer ein Gebäude in Brand geraten. Zunächst hieß es, Feuerwehrleute könnten den Brand nicht bekämpfen, weil sie von russischen Truppen beschossen würden. Inzwischen ist das Feuer nach Behördenangaben aber gelöscht. Erhöhte Strahlung sei nicht gemessen worden. Der Brand habe ein Ausbildungszentrum betroffen. Die Außenministerinnen und Minister der NATO und der Europäischen Union beraten heute erneut über den Krieg in der Ukraine. US-Außenminister Blinken landete am Abend in Brüssel. Auch der ukrainische Amtskollege Kuleba soll bei dem Treffen zugeschaltet werden. In der Sendung Maybrit Illner lehnte Bundeskanzler Scholz erneut eine Beteiligung der NATO an dem Krieg ab. Zudem forderte er eine Waffenruhe. Wir brauchen auch eine Situation, in der verhandelt wird und in der sich am Ende auch die russischen Truppen wieder zurückziehen. So unrealistisch das gegenwärtig erscheint, dürfen wir nicht nachlassen, das zu versuchen. Nach monatelangen Corona-Beschränkungen sind in Deutschland weitere Lockerungen in Kraft getreten. In der Gastronomie und Hotellerie gilt jetzt die 3G-Regel, nach der auch Ungeimpfte mit negativem Testzutritt erhalten. Clubs und Diskotheken dürfen unter 2G-Plus-Bedingungen wieder öffnen. Auch für Großveranstaltungen werden die Beschränkungen gelockert. Die Erleichterungen sind die zweite Stufe des bundesweiten Lockerungsplans von Bund und Ländern. Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen eines Tages rund 217.600 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 6.850 mehr als vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 1.196. Frankreichs Präsident Macron stellt sich für eine zweite Amtszeit zur Wahl. Dies kündigte er in einem Brief an, der in mehreren französischen Zeitungen veröffentlicht wurde. Er bewerbe sich, um eine französische und europäische Antwort auf die Herausforderungen des Jahrhunderts zu finden, so Macron. Die Bewerbung für eine zweite Amtszeit war erwartet worden. Die Tagesschau meldet sich wieder um 8.30 Uhr. Die Bewerbung für eine zweite Amtszeit.